Willkommen von der ersten Folge von Minecraft 2 Games auf GOMAHD.net Wir fangen an mit einem ganz normalen Hunger Games Spiel um das Spiel über übers Überleben Einfach die Kiste finden, dann Schwetter und zu finden essen und dann alle killen Kamm steigert Gut Damit bin ich mal gut ausgerüstet, hör mal Und wir machen eine ganz normale Folge Keine Spezialfolge und so Einfach Ganz normal Minecraft Noch machen die beiden Team? Ich hab keine Ahnung Erster Zweiter Dritter Vieter Vieter Vieter, oder? Oder Ach, schade, ich bin nicht killen Boah, hab ich einfach viel gekillt So was gibt's nicht in diese Spiele, oder? So was gibt's nicht bei mir, Alter Und da kommt schon eine Scheiß ich, ich muss mir sie jetzt wegrennen Weil ich hab jetzt voll wenig leben jetzt Boah, der folgt mir nicht immer Oder da Oder da Der hat wieder kaputt auf dem Bogen Der hat wieder kaputt auf dem Bogen Der hat kaputt auf dem Bogen Heiß keine Pfeile mehr Der hat eine Angel Der hat eine Angel Der hat eine Angel Boah, Alter, wie ich abgehe mit meiner Moos Nein Sprint Back So mein Herz ist wieder voll Nein Sprint Back Sprint Back So mein Herz ist wieder voll In der Falle getappt Boah, die Runde ist aber richtig gut Boah, die Runde ist aber richtig gut Herzig, problematisch Okay, eigentlich wollte ich die Rüstung auf dem und so, aber Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Was geht mit mir ab? Nein, 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 auf, auf, bitte, bitte Was geht mit mir ab? Ha, boah Boah Da wäre der der Vuhreruhrgelassen Glaube ist Da jetzt will man folgen Oder 20 Ich habe die Ruhe die Kissen gucken Da kommt der da Alter komm ich will besser schaffen aber das waren im Leben zwölf Kills hier einfach ab wie eine Rakete Alter das war bei der heftigste Herzen war mit Games Runde er war Kommen der Bedeutung sind mit der Schamil billige Rüstung eigentlich ganz schlechte der Lagen so ja er wird im Spiel ja auch wenn ich gewählt eines Läge der Schlinge der wünsche ich wieder Läge den Fisch und Ruhe klar Bote Läge den Fisch und Ruhe So, ein ganz finaler Deathmatch. Den, komm bitte. Alter, bitte. Ach, schade, aber. Herzen. Okay, das war's für die Runde. So, wir haben die Games schon für die Runde gefallen und dann bis zur nächsten Runde. Ciao. Ciao.